Und auch das nächste Schiff. Hallo, Hotelier. Ah, vielleicht kriegen wir wieder ein Zimmer. Entschuldigung, ich möchte ein Zimmer, bitte. Entschuldigung, wir haben nur einen, und es ist voll. Ah ja, ein sehr schräges Zimmer. Und es ist sicherlich festgelegt. Und es ist sicherlich festgelegt. Ich stehe es nicht. Halt es da! Das ist eine private Wohnung. Keine Ahnung. Ah ja. Be with you in a second. Be with you in a second Be with you in a second Be with you in a second Okay Ich werde wieder raus Dann zähle ich mich hier Okay Oha Hier sind wir Jetzt zum Sumpf Halbinsel Friedhof Oh hier ist ein Stand Aha Achso hier waren wir am Anfang Können wir es aufmachen Hmm this door appears to be locked Nice He's back Ever tell you about the time I kicked LeChuck's butt Look Guybrush Besides the fact that we'd all rather die than hear that story again There's another reason you shouldn't go spreading that story around Largo Lagrande is back on scab He used to be LeChuck's right hand man Oh yeah You don't want to get Largo on your bad side Tell me about this Largo guy A two bit thug He's nothing but a low down weasel So why don't you kick Largo off the island Well we would But he was very close to LeChuck But LeChuck's gone forever I heard they never found his body That's because I blew it into a thousand pieces Oh no Not this story again How's the pirate biz Horrible The Salem embargo has all of us pirates landlocked We can't go about our business Some of us tried pirating on land But he just didn't feel right What's this about an embargo? The Largo embargo Well it's not really an embargo It's a tax on ships coming or going But it's a huge tax that no captain on this island can afford Including Dred That fool Largo doesn't know when to stop He can't take more from us than we have Any idea where I could hire a ship You'll need to go to the far side of the island And there you'll meet a man named Captain Dred Yikes Sounds intimidating Not really Once you get to know him Of course he can't take you anywhere Until Largo lifts his sailing embargo Der hat bestimmt mit Wythe gespielt Oh no Oh no Well I'd rather be a pirate on scab Than a scab on a pirate And if you listen to me gab I'll tell you why I admire it Oh the people are too friendly The weather's not the best The lodging's too expensive And Largo's quite a bad But the thing I like about scab Is what it hasn't got No mayor or police force No tale in which to rot That was beautiful Yeah, no Do you guys know any more piratey songs? Okay, here's one about a pirate His parrot I'm going to finish What a tragic day at sea You're not going to sing Polly the squawker lives in Davy Jones' locker, are you? You know that's what always makes me cry Sorry, Bart Do you guys know any more piratey songs? Let me try one Oh, 100 bottles of beer on the wall 100 bottles of beer You take one down, pass it around 99 bottles of beer on the wall Oh, 99 bottles of beer on the wall Oh, that's nice 99 bottles of beer You take one down, pass it around 98 bottles of beer on the wall Oh, 98 bottles of beer on the wall 98 bottles of beer You take one down, pass it around 97 bottles of beer on the wall Oh, 97 bottles of beer on the wall 97 bottles of beer You take one down, pass it around 96 bottles of beer on the wall 96 bottles of beer on the wall 96 bottles of beer You take one down, pass it around 42 42 bottles of beer on the wall 42 bottles of beer You take one down, pass it around 41 bottles of beer on the wall Oh, 41 bottles of beer on the wall 508 508 bottles of beer Oh, no You take one down, pass it around 507 bottles of beer on the wall Four Oh, four bottles of beer on the wall Four bottles of beer You take one down, pass it around 3 bottles a beer on the wall You take one down, pass it around 508 508 bottles of beer on the wall Oh, 508 bottles of beer on the wall 508 bottles of beer You take one down pass it around 507 bottles of beer on the wall Oh, 507 bottles of beer on the wall 507 bottles of beer You take one down pass it around 4 bottles of beer on the wall Okay Okay, das ist genug. Oh, ich war fertig! Haben wir noch Marshmallows? Marshmallows? Wir haben keine Marshmallows. Was ist das weiße Puffe am Ende deiner Stücke? Das ist die Stoffe für unter meinen iPads. Wir werden es nur sterilisieren. Wir sind Piraten, Skybrush. Nicht Girl Scouts. Also. Do you guys know any more Piratey songs? Oh, I wish I could parley some French with Governor Marley. I'd say to her, voulie-vou. Okay, that's enough. No songs about Governor Marley. Looks like Guybrush is still carrying a torch for the Governor. Too bad he can't even talk to her in English. Hehehehe. Do you guys know any more Piratey songs? Sorry, Mr. Sensitive. The only other songs I know are dirty ones about Governor Marley. Me too. Well, I'll see you salty dogs later. That reminds me. Do we have any weenies left? Oh, okay. Und weiter geht's. Auf F1 liegt also der Retro-Grafik. Okay. Wo liegt das Inventar? Hier. Ist ja spannend. Gut. Sehr schön. Ich habe mal die Retro-Grafik gezeigt. Ich werde es aber hauptsächlich in der Remake-Fassung spielen. Ich werde es nicht so oft sehen, dass ich in die Retro-Fassung gehe. Oh. Schön. Ich werde auch mal mit dem Sumpf machen. gehen wir mal mit dem Sumpf. Okay. Okay. Uh-huh. Einmal durch einen Sumpf. Oha. Ein Hütter im Sumpf. Hm, wer da wohl sein Haus hat. Ein Displaymodell. Es scheint eine Yo-Yo-String zu sein. Es scheint zu sein, dass es auf die Tafel geblendet wird. Ich nehme nur ein bisschen. Oha. Du musst doch irgendwas hinterm Vorhang sein. Ah, okay. Bücher. Oha. Es scheint zu sehen, wie die Änderungen des Voodoo-Quarterl. Nein, danke. Ich brauche es nicht. Es scheint, dass es auf die Tafel geblendet wird. Okay. Oh. Guybrush Threepwood. Es war ein langer Zeit, seit du zuletzt kamen, um mich zu sehen. Obwohl das nicht Voodoo-Manga ist. Ich weiß dich von irgendwoher? Ah, wir vergessen oft die, die uns am meisten helfen. Was machen wir? Es war ich, wie zu tun, wie zu tun mit Lechuk. Ich habe, wie zu finden, die Voodoo-Anti-Root. Und wie zu tun es in die Powerful Ghost-Dissolving Potion. Oh, ja. Now I remember. Wie war's business? Sehr gut. Many Hexes this week. Saved many people from the evil eye. Made many pieces of eight. Although Largo took most of them. Tell me about this Largo guy. He's a weak little man who bullies this whole island around. Most people are afraid of him, because he was once Lechuk's right-hand man. Yeah, but Lechuk's right-hand man. I got rid of him myself. True evil can never be destroyed completely. You will see. Why don't you just put a curse on Largo? I've tried. My most powerful magic lies in Voodoo dolls. But to make an effective doll, I need some items from Largo's person. And no one's brave enough to go get them for me. Mhm. Das kriegen wir doch bestimmt hin. What kind of ingredients do you need for the doll? Are you willing to help me make one? Uh, maybe. To make it work, you need to bring me some personal artifacts of the victim. One from each of the four basic Voodoo groups. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing. And a lock of hair will do for the head. Bring me a sample of fluid from his body, and from his dead relatives. You must acquire some remnant of a corpse. Here, take this shopping list. So, we can go to the hospital. Thanks. Now go. Numero to watch ... ... Uh. No more. No more. Up to the hospital. I'll see you there. Let's see. Let's see. When we are in the hospital we can take the hospital too? Wait. I'm not existing at night. What was in the hospital? Stans Cozy Crips. Ein Ort, um die Eternität zu spenden. Nicht eine Furchtung. Die Ricketts. Keine Überraschung. Es sieht aus, wie es abgeholt wurde. Es ist abgeholt mit einem großen, russischen Lock. Die Quagmires. No Trespassing. Es ist abgeholt mit einem großen, russischen Lock. Quarantined Tomb. Inhabitants died von Green Tongue Fever. Aha. Stans Casual Crosses. Für Graves, die nicht brauchen, um sich zu dressen. Hier liegt Hank Plank. Hat jemand diesen Namen? Er hatte keinen Geld, als er stirbt. Und jemand musste für das Funeral. Stan. Ah ja. The Grave of the Unknown Pirate. Aha. Okay. There once was a girl named Carrie, who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed. She got buried. Marco Largo Legrand. Hell on Sea or Sand. The good news is, he's dead. The bad news is, he bred. Aha. No man commanded Jean-Louise. Not on land and not on water. Jean did whatever he did please. Until he kissed the gunner's daughter. Here lies Daredevil Jim McDow. Hand of steel. Leg of wood. Jim took every risk he could. A life of action. That was Jim's. Too bad he ran out of limbs. The Groutes. No trespassing. The Groutes. No trespassing. The Groutes. No trespassing. The Groutes. No trespassing. Here lie the Groutes. Too big for any ship. Let's hope the Earth can hold them. Okay. 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 Offen wir also noch nichts. Dann auf zur Halbinsel. Oha. Ein Hausboot. Und dann gehen wir da mal rein. Ein ruhiger Steg. Oha. Captain Glass. Are you Captain Dread? Yeah man, I'm Captain Dread. What can I do for ya? I need to charter a ship. I can't charter my ship because a while ago I lost my lucky sail and necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it? No way man. Besides, that mean and nasty guy Lago. He has an embossed arm. Why can't I charter your ship? Like I said before man. I lost my lucky eye that has seen the world's sail and necklace. Besides, Lago has an embargo on the island. Natter. Navi Dreads. Thanks man. Tell me more about that necklace thingy you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped man, but my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs. And I've kept it as a good luck jar. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye man. Come again. Ah, okay. Yeah, it's onyx. Nix close-handed. Okay. This is onyx, yo. So, I'm going to do this another item. And then we are back here. And we are just here. Welcome back. Okay. Aha. Okay. Cool. So, I'm going to give you a while. Okay. ... You can scan yourhana am Fiber or you can... Wo ist das denn? Ah ja. Von den Toten kriegen wir leider nicht, aber... Vielleicht kriegen wir irgendwie andere zu Karten. Und warum wir dick genug sind. Ich brauche das nicht für nichts. Ach ja. Ah ja. Es gibt nicht genug Spitz, um in die Bucke zu legen. Irgendwie weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wollen wir mit ihm reden? Ich möchte ein paar Klappen holen. Ja, wir können jetzt noch ein paar Klappen holen. Nein, ich habe nicht mein Klappen. Du musst mich nicht sagen. Ich kann dich hören. Aber ich kann nicht deine Klappen ohne einen Klappen. Sully. Okay. Nichts ist passiert. Tja, ziehen wir erstmal Klappen durch die Gegend. Ich bin rich. Ja, bestimmt. Und... Seid ihr Geld, die Inns voll. Aha. Können wir das Geld an die Karte verfüttern? Ich glaube, was er jetzt will, ist schlafen. Äh, ja. Wo war denn noch mal eine Karte, Typ? Ah, hier. Hallo. Hallo. Du brauchst du vielleicht Geld? Ich würde es lieber behalten. Und vielleicht können wir ja... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich würde es noch nicht tun. Ich würde es noch nicht tun. Hallo, Wally. Oh, hallo, Mr. Brush. Das Punkt nix. Okay, nochmal zum Rundf. Nein, wir müssen Knochen oder irgendetwas finden. Ja, von Toten irgendetwas finden. Aber um eine Schaufel? Ja. Ja. Vielleicht bestimmt schon irgendwo verpasst. Nachdruck bestimmt hier irgendwo rum. Wahrscheinlich direkt am Strand. Da haben wir bestimmt irgendwo eine Schaufel. Oder auch nichts. Hm. Ja. 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 Ja.